servus leute herzlich willkommen bei einem weiteren video minecraft mit dabei ist der liebe batix aus batix so heute schaue ich mal dass ich das haus zumindest von außen fertig kriege bin ich gespannt war es ja hatte gerade etwas wiederholen und ja also ich glaube dir war langweilig mit den bäumen pflanzen eigentlich nicht wirklich aber ich habe gedacht ich habe gedacht je mehr bäume ich jetzt einfach pflanzt umso mehr holz haben wir und müssen nicht so allzubald noch mal bäume pflanzen an dieser stelle will ich aber mal kurz ja du klingst gerade sehr hoch schluss machen die fahrzeuge bäume 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 arbeiten bei mir jetzt in der meintritt auch noch bäume die beim arbeiten hauptsächlich nicht bäume aber halt alles wunderbar so geht es auch ja das nächste spielst du wieder baumfäller das gericht hat schon einen vorteil ist es schnell aufgebaut ist es schnell abbaut jetzt schon diese blöde hände der wägt mich langsam echt auf warte brauche ich jetzt schicken was wieder so ein riesen oschi hier da ich 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 du das du du ich du 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 Wieso muss da heiß unbedingt was heiße? Geht mal gar nicht. Wenn mir die Achse hier nicht reicht, dann flippe ich aus. Was mir nicht krasse vorkommt. Hier Alter, mir hat das Holz einfach exakt gereicht. Echt jetzt? Ja. Gräber, mir meine Achse nicht. Wie als wäre es berechnet gewesen, wieviel Holz ich brauche für außen rum. Ach, Mann. Oh, Mist, Fehler. Ich wollte einfach nicht nachfragen. Ich crafte mir gerade einen Bergbank. Ja, hallo, als ob ich jetzt wieder zurücklaufe zu unserem Haus, zu der Bergbank gehe und mir da dann erst wieder eine Achse mache. Und dann wieder den ganzen anstrengenden Weg zurück lasse zu diesem blöden Baum dann mich ein zweites Mal zu dem Baum hoch baue. Und dann noch mal die ganzen Äste oder Baumstimme von dem Baum suchen. Und dann noch mal gucken, dass jeden einzelnen blöden Baumstamm erwischt. Und dann geht mir meine Achse wahrscheinlich wieder leer. Und dann muss ich es gleich noch mal machen. Deswegen habe ich jetzt... Ja, jetzt habe ich einmal im Mittag. Und die kommt auch nicht mehr raus. Solange ich weiß, dass ich für nichts besseres baue. Wie ist das klar, dass da irgendwo noch so ein blöder Baumstamm versteckt ist? Das war sowas von klar. Jetzt gehe ich runter und wette mit euch, dass ich irgendwo noch einen Baumstamm vergessen habe. Also wenn wir jetzt nicht gefühlt 3.000 Baumstämme haben oder Holz, dann weiß ich auch nicht weiter. Ja, da komme ich natürlich nicht so hoch. Auf jeden Fall. Nein, ich habe gar nicht probiert, einen Baum hochzuspringen. BCW plus probiert so ein Setz-Leap zu erwischen, wo irgendwo oben am Baum noch bei den Blättern hängen gegeben ist. Ich hoffe, ich bin jetzt gleich fertig. Also wenn jetzt noch mal irgendwelche Bäume nachgewachsen sind, vergiss es. Ich mache jetzt keinen Baum mehr. Ich mache jetzt den Baum noch und den und dann ist fertig. Dann habe ich keinen Baum mehr. Ich weiß zwar nicht, was der noch bauen soll oder was es noch interessant wäre zum Baum. Eventuell ein Stall oder was weiß ich was. Ja. Weil dann wäre eigentlich schon so was Interessantes mal wieder in die Höhle zu verschwinden. Wo ich eigentlich die letzte Zeit... Ja, du weißt, was ich sagen muss. Ja, ich weiß, was du sagen willst. Wird auch wahrscheinlich jetzt eine der nächsten Folgen auch sogar schon wieder kommen. Yes. Weil da, ich finde schon wirklich das Wichtigste, was du brauchst, um irgendwelche Sachen zu bauen. Ja. WCW zum Craften und so. Weil ich muss dir jetzt ganz ehrlich sagen... Ich wüsste halt jetzt... Doch sie ist nicht einfach mit einem Gerüst einen Baum hochgebaut. Doch. Ich weiß es halt echt nicht mehr, was ich jetzt noch machen kann. Ich wüsste halt echt nicht mehr, was ich jetzt noch machen kann. Die restlichen Bäume abholzen. Ich habe die gleich Bäume abholzen. Ich weiß nicht, was ich jetzt bauen kann oder so. Das war das, was ich gemeint habe jetzt. Und jetzt habe ich... Mehr als genug Holz. Ja, so. Wolltest du aber mal für dein Pferdelein einen Stall, oder? Nicht. Oh, Bartix. Welches Pferd? Das, was... Hier, wo? Okay, Leine ist noch da. Nein, Boden ist auf jeden Fall nicht verschwunden. Witzvoll. Okay. Wo hast du mit dem Pferd hin? Ja, Leine ist noch da? Hä? Okay, Bartix. Sie klappt. Du musst hier ein neues Pferd holen. Hä? Ach Quatsch. Echt, oder? Komm, wir schlafen. Wir gehen schlafen. Mein schönes Pferd. Sonnenuntergang genießen. Oh, ist das schön. Jetzt können wir schlafen. Mein bester Freund, mein Pferd. Ich glaub, der Gaul hat's hinter sich. Ja... Mir fällt gerade was. Wenn es dir jetzt nicht an Holz reicht, dann fliebe ich aus. Dann kannst du eine Bäume. Bei Spaß, ich geh jetzt einfach hier in diesen Raum rein. Hier schnell leere Kiste. Okay. Doch, die leere Kiste, wo im neuen Raum dran steht. Oder die an der Türe direkt. Das sind jetzt mehr als genug Eichenholzbretter drin. Wenn es dir nicht reichen, dann kann er schnell bei uns suchen. Irgendwann weißt du, wie viel das ist. Ich hab halt immer noch 1, 2, 2 Eichenstamm. Also 24, äh, 64er Stacks und dann einmal noch... Nee, 3, 64er Stacks und dann einmal noch 23. Und das ist was Eichenstamm. Ja, Tix. Ja. Mal ganz kurz, äh, weißt du, ob irgendwo in der Kiste eine Hacke liegt? Was für eine Hacke? Steinhacke. Steinhacke, ja. Nee, aber ich hab zwei Stück bei mir. Okay, könntest du mal kurz zum Feld kommen? Mach ich. Wenn du mir so lieb gefragt hast. Seid ihr die Trocken sind? Nee, rechtsklick auf die... eine... äh, fällt wohl... zerstört ich... hier drauf mit der Hacke. Danke dir. Das war's schon. Controller. So, und dann... Der hat jetzt immer noch nicht gecheckt. Was, Controller? Rechtsklick beim Controller, oder was? Ich blick's nicht, was wurscht. Es gibt einen rechten Klick beim Controller, oder? Auch zwei Tasche, das ist rechts. Ja? Ja, schön, aber trotzdem kein Rechtsklick. Das ist dann R2 bei mir. Hier. Nee. Außerdem ist es bei dir, glaubst du, sogar L. Ja, L2. Boah, ist mein Glas noch? Nee. Okay, dann... So. Hab ich nicht das Glas hingetan. Nein, da muss halt mal hier hin. Also bei mir in der Kur sind Glasböcke. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch machen soll, oder kann, oder was weiß ich. Auf jeden Fall mal das Leder auffüllen. Dann kann ich nichts machen. Dann kann ich nichts machen. Nix, nix, nix. Warte, was haben wir hier? So... Ofen, kompostierer. Kompostierer, brauche ich einmal. Dankeschön. So, ich Ofen. Ach, damit kannst du dir wirklich was anfangen, ne? Ich weiß echt nicht, was ich gerade noch machen soll, bauen soll, was weiß ich. So, für die Leute. Eine Kiste. Trichter. Dann... Kompostierer. Na, ich baue es anders auf. Nee. Da... Kompostierer. Mit Shift rechts. Da... Okay. Ich habe ein technisches Problem, so langsam. Warum? Weil ich mittlerweile alles in Mausentastatursprache mache. So. So. Tisch mich schon die ganze Zeit auf. Ja. Sorry. Also, auf jeden Fall. Wenn ich jetzt zusammen reintue, wird es automatisch in der Kompostierer rein. Dinger, ich bin rausgeflogen. Okay. Und Kompostierer wird automatisch vermelden. So. Dann... Machen wir an dieser Stelle mal nochmal ne Pause. So. An dieser Stelle... Geht es weiter weiter. Ja. Wir hatten gerade einen... kurzen Netzwerkfehler. Und Bartix ist natürlich gleich wieder rausgeflogen. Ja. Ja. Pssst. Pssst. Was ist pssst? Pssst. Pssst. Wörst du mich? Ja, ich höre dich. Was ist...? Pssst. Dann komm rein. Schön ist es da glaube ich nicht. muss nicht so stinken würde ich hatte ja was machst du mit sie du bist echt nie bei mir machen oder hier oben vor meiner türe gestanden vor allem das ist auf meinem stoß muss ich los um meine türe kann es sein dass sie lecker die ich will hatte kriegst du noch setzlinge bei dir im inventar nein die habe ich alle raus getan die sind alle in der kiste du vorne bei ja alles gut alles gut vielleicht noch ein bisschen weitermachen bei dem minecraft video oder wir setzen nur fünf minuten rumstehen und deinem katze die tägliche von mir selbst auf dem schoß ja schlägt nicht ab ich auch bitte gern wo ich es auch nicht mein ganzes arm abstecken durchschnittlich kalt schüttlich zum großen rauch mit sie hast jetzt dann zu langsam mit wenn ich komme abgelenkt gewesen und weiß nicht mehr genau was machen wollte ich merks ich wollte mal anfangen ein anderes projekt vom haus oder ein anderes kleines projekt von einem haus zu machen damit wollte ich anfangen aber ich glaube davor gehe ich dann erstmal wieder pennen ich mache es wieder ein stein holz kombi was war das nix kriegt man schnell hier oder nicht ja in der höhlen also ja unter der erde kriegst relativ schnell die jurid okay okay wir bekommen zum können nach dem wiener bist du nicht im beat hat sie klappt mein bett an zum starren ja die würde so herrschen katzenarzt muss ich auch nicht anrufen oder und du beschleißen hat mir nicht mal mehr klasse an der zwei dahinten in der Woche stimmt jetzt haben wir es jetzt so wartet das muss ich grad gucken ach ich hab ich falls ich brauch so ein Ding da Frage die nächste Frage wahrscheinlich erstmal nicht, vielleicht hab ich noch welche ein paar mehr Drohnen könnte ich mal machen ich hab mal 6 Drohnen gemacht ansonsten brauche ich bis jetzt eigentlich nichts mehr die Eichenholzstuke Tiger mal eine ganz kurze Frage wie kriege ich jetzt aus Bruchsteinen anderen Steinen her also halt von der Form her muss Cleanstone draus machen also halt normaler Stein das heißt du gehst her setzt in den Ofen rein aber jetzt mal vier stück rein war das kurz bis sie durch sind ach komm ja ok das sieht ja besser aus das nehme ich machen wir das so ja warte 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 machen wir ein bisschen mehr ja machen wir schon ein bisschen mehr ich würde dann jetzt alles so machen ja warte doch guck mal hier drüben yes alles klar dann muss ich mal was umbauen das ist ja dass das ganze spiel automatisch läuft mach ich jetzt ein demnächst wo bist du ich bin gerade ich bin gerade kurz oben mach Dachgeschoss kurz mach schon Dachgeschoss was ja mach ich mal das Dachgeschoss Dachgeschoss kurz ready so was brauche ich denn noch eine Fassbräutungskraft Werkbank habe ich ähm Kruppplatten haben wir mal sicher als habe ich so viele mit auf sechs Stück äh Kassel-Tschicht mit Türen habe ich andere mitgenommen die Frage habe ich eigentlich noch als Treppen brauch aber ich würde mal schnell behaupten das brauche ich auch nicht ich habe ich ich habe äh notfalls 43 Eichenholz Treppen falls du das brauchst ja also bis jetzt noch nicht ok jetzt muss ich bloß mein Inventar leeren mit dem was ich nicht mehr brauche oder was ich jetzt kürzlich brauche auf jeden Fall brauche ich die leihen jetzt nicht das Bett lass ich mal noch kurz ansonsten das ist eigentlich weiße Wolle brauche ich auch nicht ansonsten ist eigentlich alles zum gebrauchen das ist das wahrscheinlich ja das überfühlt sich aber an Essen haben wir ja auch auf der anderen Seite was wollten ich jetzt noch da haben wir da schon so ein glatter Stein zumindest sechs Stück einfach Bruchstein mal in den Ofen rein und das dann nachher in äh den rein auch nochmal in den Ofen der normale Stein ja Katze würden sie das bitte hinterlassen meine Teppiche zu äh zum Alm äh äh aber Herr Bartix mal so kurze Frage am Rande wie viel glatter Stein brauchen sie dann äh ja ich glaube wir haben aber ein bisschen mehr vor also würde ich schon sagen äh gut einiges äh mit dem Schein er sieht nicht schlecht aus aber glatter Stein damit kannst du eigentlich auch ziemlich viel bringen sie dann noch äh äh meiner Meinung nach ein bisschen luxuriöser oder halt äh mehr Luxus ausreichend sag mal luxuriös wahrscheinlich ja kann man schon kann man schon sagen gut also ich habe jetzt eigentlich gerade nicht mehr viel zu tun weil ich jetzt äh äh eigentlich nicht mehr großartig was machen kann ich war deshalb bis der glatte Stein fertig ist dann kann ich das nächste Haus Projekt starten äh äh Tiger weiß auf jeden Fall nicht mit was für ein Haus ich weitermachen will ich habe mir da was in den Kopf gesetzt und ähm ähm auf jeden Fall auch äh schon ausprobiert hausmäßig ähm Tiger kennt das Haus nicht äh äh er wird es also Tiger damit spricht dich auch jetzt an du wirst es sehen ich werde aber auch alles mit dir absprechen was du davon hältst weil ich will nicht ohne deine erlaubnis und bisschen mit dir ab ohne es mit dir vorher abgesponsum haben war einfach irgendwas in die welt setzen weil das wäre auch ein bisschen scheiße und ja äh von mir aus vom zeitlichen her hast du noch irgendwas wichtiges gerade zum tun oder ich habe mich gerade bei der ersten Fackel verzählt bei der Positionierung und darf jetzt alle Fackeln nochmal machen oben ganz ganz oben oder oben äh im oberen Geschoss halt also im Dachgeschoss also ganz ganz oben ja im Haus ganz ganz oben noch ein bisschen mehr Fakten hast du nicht gefunden ja es soll auch dementsprechend beleuchtet sein was machst du jetzt Fenster? ja gut ich habe gerade Glasscheiben oder ja Glasscheiben jetzt kommt ich habe aber gerade nur Glas Blöcke dabei ich falle Glas Blöcke nicht so ich meine ihr Glas Scheiben ja ja oh Gott ähm Bartix fangen wir mal raus wir gehen mal raus vor die Tür ja achten deswegen habe ich gerade eben gefragt ob du zeitlich noch irgendwas wichtiges machen musst du fitzbold wir gehen mal ein bisschen weiter weg jetzt ja ja hier man man was nein doch was nein ich habe gar nichts von nein geredet ich bin schon irgendwie schon blöd oder was ähm bist du weit? yes also an dieser Stelle war es mit dem Video wenn es euch gefallen hat lasst gerne einen Daumen nach oben da gerne auch den Kanal abonnieren und schaut auch gerne beim Bartix vorbei Link ist wie immer in der Videobeschreibung damit Servus Servus 鈕 und nicht